So, der ist auch Level 60, Alter, alle sind schon Level 60 und ich bin ja der Einzige, der hier, naja, ich bin wahrscheinlich auch der Einzige, der den Scheiß aufnimmt. So, wo muss ich jetzt hin? Das ist gerade eine Frage. Gewölbe, tägliches Gewölbe. Wo kann ich die denn machen? Quests? Spezialquests wahrscheinlich? Das Tama Loon Auktionshaus ist der beste Ort, um eure Beute aus den Gewölben in harte Währung umzutauschen und die Waffe oder das Relikt zu finden, das ihr schon immer haben wolltet. Besucht einen Auktionator, um eure Verkäufe abzuwickeln oder um zu sehen, was andere anbieten. Okay, machen wir mal später. Jetzt noch nicht? Weil ich will gerade gucken, tägliches Gewölbe. Warum ist da so ein Pfeil und so ein X? Warum ist da ein X? Warte mal, ich quatsche mal den Typen hier an. Ich quatsche den einfach nochmal an. Hm, äh, Mann, wo muss ich denn hin? Nämlich sagt, Quest und mächtige Abenteuer. Als Belohnung, Astraliamann. Ja, ist mir schon klar, aber wie komme ich da jetzt hin? Gewölbe, Mantelsturm abschließen. Ja, wo? Wo mache ich das denn, bitteschön? Wo kann ich meine Quest abschließen? Wo muss ich hin, um das machen zu gehen? Oh, der hat ein flammendes Teil, was mitfliegt. Geil. Ich gucke nochmal. So, ich muss mal ganz kurz, ähm, warte, was? Wartelisten? Okay. Instanz wechseln. Ach genau, hier kann man wahrscheinlich auch noch diese Karten wechseln, wo man immer mit anderen Leuten spielen kann. Hm, Mann, wo geht das? Berufe. Da ist, glaube ich, fertig einer. Ja, schon. Ja, da ist er. Und schon haben wir Eisenplatten. Ich brauche unbedingt Eisenplatten. Ich brauche richtig viele Eisenplatten, damit ich weitermachen kann. Hm, wo war das Plattenschmied? Weil, guck mal, ich will jetzt unbedingt mal eine Rüstung machen. Nur, ich weiß nicht welche. Na, Platten... Was? Plattenhemd. Das ist doch hier das Selte des Beides, oder nicht? Warte, ich gucke mir das gerade an. Platten... Was? Plattengambason. Plattengambason. Äh? Ähm, ich überlege gerade, was soll ich von den beiden nehmen? Ich weiß nicht, was besser ist. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, ich gehe einfach mal hier rauf. Hm, Gambason. Was ist denn das eigentlich hier? Ich will... Ich warte mal. Ach, das kann ich mal ansehen. Ähm, hat 4 Verteidigung plus und 9 plus Robustheit. Okay, dann gucken wir uns das Ding auch nochmal an. Hm, 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 hm. 13 Verteidigung. Nehmen wir das. Nehmen wir das hier. Ja, möchte ich beginnen. Ja, guck mal, ich könnte das ja jetzt schon melden, aber dann würde ich meine Astral-Diamanten benutzen. Und dann würde ich das... Warte mal, guck mal hier. Wo war das mit Astral-Diamanten? 100 Stück? Da. Das hier habe ich wirklich ganz oft gemacht. Das habe ich wirklich sehr oft gemacht. Um einfach diese Astral-Diamanten zu kriegen. Aber man kann hier, glaube ich, auch noch bei anderen... Warte mal, geht das... Hier, guck mal, hier, das kann man zum Beispiel auch mal machen. Das hatte ich... Kann ich noch nicht machen, weil dafür muss die Level 6 sein. Aber ich habe schon... Ich habe es schon fast geschafft. Ich habe es schon fast geschafft. So, aber wir müssen natürlich immer weitermachen. Hm, die Frage ist trotzdem, wo muss ich jetzt lang? Gehen Sie zur Halle der Händler-Gilde? Ja, aber warum zeigt das mir nicht an? Ich glaube, da muss ich mal kurz wieder auf meine Quests gehen. Tagebuch... Nein, Wartelisten, glaube ich, bei... Ah, genau, das waren die Quests, Wartelisten. Zu den Waffen. Ich möchte gerne hier... Guck mal, jetzt habe ich sie erst aktiviert. Achso, ich muss die Quests immer alle aktivieren hier. Ach, genau, ich habe ja noch eine Ork-Quest. Ich habe natürlich... Oh, ich habe natürlich eine ganze Menge angenommen. Ich muss erst mal hier wieder einen Haken reinmachen. Gruppensuche zu den Waffen. Verteidige den Tempel. Ach, so mache ich diese Dinge. Geil. Okay, Leute, wir werden farmen und immer stärker werden. Auf... Auf das Ding reagieren? Muss ich da irgendwie... Beitreten? Achso, ich war der Letzte, der noch nicht gemacht hat. Jetzt weiß ich wenigstens, wie das geht. Ich muss immer noch diese... Oh, wie hieß die Tasse? Hieß die Back oder... Oh, wie hieß die? Die hieß auf der 360 Back, aber ich weiß nicht, wie die hier heißt, die Tasse. Das mit den beiden Bildschirmen drauf. Level 41. Level... Entweder die sind zu stark für dieses Zeug hier und werden mir alles... Und ich werde dadurch auch nicht gelevelt. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich gegen die Dinger draufgehe. Ne, warte mal, ich mache Damage. Ich mache, glaube ich, Schaden. Oh, die machen aber auch Schaden. Oh, die shit machen Schaden. Die... Alter. Es ruckelt hier gerade ziemlich hin und her. Es liegt nicht an eurem Browser gerade. Das liegt einfach... Und auch nicht an meinem Rennen. Das liegt einfach gerade voll am Spiel. Oh shit. Meine Lehm, Leute. Meine fucking Lehm. Meine... Diese Schwerter hier, die aus dem Boden kommen, finde ich cool gerade, die Fähigkeit. Ich müsste mich heilen. Aber wisst ihr was? Ich lasse mal kurz meine Kollegen kämpfen. Das Dumme ist nur, dass ich leider nicht mitgelevelt werde, wenn die hier weiterkämpfen alleine ohne mich. Aber ich helfe denen einfach mal. Ich weiß, wenn er mich trifft, bin ich, glaube ich, beinahe tot, weil da ist ein Totenkopf vor dem Namen. Ich glaube, die würden mich alle locker wegklatschen, wenn die es könnten. Aber ich habe ja so eine starke Teamkollegen, die mir helfen, wir ja hier gerade. Weswegen ich bis jetzt immer noch nicht tot bin. Oh shit. Oh, Hämme. Also, ich mache leichten Schaden. Ich mache wirklich schon leichten Schaden, aber der ist noch nicht so, dass er auffällt. Aber wie konnte ich meine Mega... Ach, genau, so ging die Mega. Ich glaube, der letzte Treffer war meine. Oh shit. Ey, der hat eine Katze, die im hinterher rennt? Ne, ist das ein Hund? Ist das jetzt ein Hund oder eine Katze? Das ist die Frage. Ups. Ich finde es cool, dass mein Geschrei immer noch Schaden macht. Und zwar ordentlich. Oh mein Gott. Ich sehe hier gerade selber nicht mal richtig durch. Es ist wahrscheinlich auch PC geil. Aber für mich nervt gerade dieses Rumgelecke ziemlich. Ich renne jetzt mal fix weg, weil ich bin tot. Wenn er mir jetzt irgendwas irgendwie mit einem Bogen oder so auf mich schießt, bin ich tot. Oh, ich muss echt mal irgendwie... Nein, nein, nein. So war das Schild, genau. So war es mit Schild. Ja, oh, ich wurde gerade geheilt. Ach, das ist ein... Ach, das ist ein NPC oder was ist das hier? Ich mache mal kurz mit. Ah, yeah. Ich habe mitgemacht. Ich glaube, ich habe sogar den letzten Treffer gemacht. So, Leute. Ich brauche Leben. Ach, gut, danke. Oh, Mann. Ich brauche so dermaßen Leben. Ich bin hier wirklich tot. Was müssen wir überhaupt machen? Alter, das ist ein langer Text. Scherbe der Totenglocke. Zerstören. Bisschen. Alles zerstören. Wir müssen alles zerstören. Okay, das ist ja mal eine geile Quest. Ich sollte mich echt ein bisschen zurückhalten hier bei den... Und nicht immer mitten ins Getümmel reingehen. Deswegen. Ich lebe, glaube ich, wieder. Um Hilfe rufen. Ich möchte Hilfe, Leute. Hilfe. Hilfe. Ich bin tot. Scheiße, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Oder? Nein, ich lebe wieder. Scheiße, ich lebe. Wieder beleben. Ich will ihn wieder beleben. Aufheben, ja. Ah, dann hat es mich wieder erwischt. Ich lebe wieder. Ich lebe. Ich muss wegrennen. Oh, shit. Die habe ich keine Chance. Oh, nein. Verpiss dich. Oh, nein, 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 nein. Scheiße. Wo war das Spawn? Da oben war das Spawn. Give me Deckung. Give me Deckung. Vor allem, ich gegen den hier. Genau, er hilft mir. Sehr nice. Aber was ist das für ein Level? Von Level 6 bis 60 sollte man hier was zu tun haben. Ich bin Level 14 und kriege hier nur auf die Fresse. Nein. 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 Oh, shit. Ich bin so dermaßen tot. Ich habe einfach keine Chance mehr. Er wird trotzdem noch versuchen, ein bisschen was zu machen. Oh, Gott. Vor allem, warum habe ich keine Chance gegen die einfach? Von Level 6 bis 60 sollte man hier was zu tun haben. Ich glaube, das liegt daran, weil nur die ganzen Starken jetzt reingekommen sind. Mit mir natürlich. Natürlich nicht ich, sondern nur mit mir. Ich werde jetzt blocken. Ich werde jetzt einfach nur noch blocken und den Schaden so ein bisschen auf mich lenken. Ja, gut. Das ist auch keine gute Idee eigentlich. Nimm bei meinem Leben. Oh, shit. Muss weg da. Oh, Gott. Die Attacke hat mich getroffen. Ich glaube, wieder Matsch. Und? Oh, guck. Guck dir mal an, wie wenig Schaden ich dem einfach mache. Ich mache dem einfach null Schaden beinahe. Ah, gut. Er ist tot. Hoffentlich lohnt sich das. Ich kriege ja beinahe gar nichts durch ihn. Guck dir mal an meine Fähigkeiten. Ah, nee. Das ist... Ich kenne mich schon wie ein Bossgegner. Leute, ich will auch mitmachen, damit ich Erfahrungspunkte kriege. Leute. Wartet auf mir. Ziel erforderlich. Oh, scheiße. Wartet auf mir. Ich brauche Punkte. So, ich muss hier einen Angriff machen, dann kriege ich auch Punkte. Oh, shit. Shit. Ich glaube, ich muss mindestens einen Angriff... Oh, nee, gut. Ich kann ja sowieso loopen, ne? Und von daher ist es, glaube ich... Mach ich den hier gerade. Ich will aufheben. Und aufheben. Und aufheben. Und aufheben. So. Oh, Mann. Ach, ich habe Leben bekommen. Ich darf nicht kämpfen. Nicht den Kamm verwickeln lassen. Nein, 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 nein. Berufe. Berufe ist wieder was fertig. Gut, ich bin... Ich weiß, ich komme gerade vor wie der beste Spieler EU hier. Ich nehme mich einfach so eine Scheiße mal die ganze Zeit. Helm trainieren. Kann ich das machen? Nee, kann ich noch nicht machen. Guck mal, wir fehlen. Guck mal, wir fehlen. 0 von 4. Ich weiß nicht, was das für welche sind. Aber ich würde sowieso gerade was anderes machen. Ich habe ja gerade genug andere Sorgen. Alter. Nein, 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 nein. Shit. Shit, verpfeift dich, Junge. Wo kam der auf einmal her und warum macht er so viel Schaden auf einmal? Ich renne einfach mal ganz kurz woanders hin, weil ich will eigentlich nur gerade die Berufe machen. Ich renne... Oh, shit. Shit, shit, shit. Das sind auch alles voller Feinde. Ich weiß, in meiner Sprache... Wie ich rede, klingt gerade schon wieder ziemlich komisch. Einfach, weil ich gerade weg will. Ich will nur weg. Ich will einfach nur ganz kurz den Beruf fertig machen, damit ich wieder einen neuen auswählen kann. Weil es geht hier wirklich um jede Minute, die ich verbringe. Na gut, den Gegner wahrscheinlich auch. Hä? Hä? Gott, ich renne mal kurz zur Basis, weil da stehen immer noch Ritter, die werden mich wahrscheinlich ein bisschen verteidigen noch. Weil meine Lehm, die seht ihr ja selber gerade. Die sind... Ah, ah, bescheiden. Ziemlich bescheiden. Ich sterbe mich jetzt ganz kurz hier. Irgendwas sterbe der... Was? Totenglocke. Zerstört, abgeschlossen. Okay. Ich sag doch, wir sind sehr gut. So, ich will diesen unteren. Der Beruf soll ein bisschen weiter noch umgehen, damit ich ein bisschen mehr machen kann von dem. Ähm... Ach, scheiß drauf. Wir nehmen... Wir nehmen wieder Waffenschmied und lassen den mal wieder 15 Minuten... Ah, lassen wir den 15 Minuten suchen, oder? Ja, aber dann lassen wir noch ein bisschen Klingen anfertigen. Ja, wir lassen ihn mal lieber Klingen anfertigen. Können wir auch noch alles gebrauchen. So, jetzt gehen wir wieder raus und sterben wahrscheinlich. Ach ja. Sterben. Es gibt nichts Schöneres. auf der Welt. Shit. Ich will da nicht rein. Wenn ich rein, gesterbe ich. Bis jetzt bin ich noch nicht gestorben. Bin ich auch recht froh drüber bis jetzt. Oh, Mann. Gott. Ihr seid alle so heftig. Wie gesagt, zu mir. Vor allem im Story-Modus habe ich gesagt, oh, ich bin so stark. Ich mach doch hier bei einer One-Hip. Sie macht euch andauernd boot, boot, boot und so ein Kack. Ne? Und guckt euch das jetzt an. Ich bin nicht... Mein Schaden ist nicht vorhanden. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Was zum... Verwenden Sie Bandage oder bleiben Sie fünf Minuten nahe des Tragerfeuers, um eine geringe Verletzung auszuporieren. Was zum... Was zum... Hä? Was? Der hat mich... Der hat mich gewone-hitted. Charakterbogen. Ähm, was wollte ich jetzt hier? Attribute. Attribut-Werte. Irgendwas kann ich hier machen. Zwei neue verfügbar. Ach, cool. Ich könnte das hier machen. Ähm. Gehen wir mal lieber auf Angriff, ne? Stufe hier. Und Kondition. Unterstütz-Alterbukte, maximale Treffer-Punkte. Ähm. Äh. Das ist hier für Gesundheit, Ausdauer und Lebenskraft. Machen wir hier auch nochmal. So, haben wir zwei Stück genommen. Bestätigen. Ja, möchte ich gerne. So, aber wir sind schon mal ein bisschen stärker. Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist genau dasselbe. Ich dachte, es ist hier jetzt zwei verschiedene Sachen da oben. Ähm. Ähm. Tempel muss verteidigt werden. Irgendwas habe ich gerade. Äh. Downtown abschließen. Okay. So, wir gehen nochmal hier hin. Ich will mal ganz kurz in mein Inventar, weil ich habe jetzt eine ganze Menge. Und zwar das hier. Warte, mach das jetzt besser. Ausgerüstet. Und achte, nee, das ist besser. Ausrüsten. Nee. Ich würde das gerne. Ja, machen wir mal identifizieren. Das Ding ist besser. Hm. Das ist wirklich besser. Ausrüsten. Möchte ich. Yes. So, was haben wir noch? Hm. Noch ein bisschen, noch ein bisschen gutes Zeug. Nee, ne. Äh. Das nehme ich mal lieber nicht. Die habe ich ja. Oh, nehme ich die oder nehme ich die nicht? Nehmen wir mal ausrüsten. Nee, das ist, ach nee, das war unsere alte Rüstung. Glaube ich. Oder warte mal kurz. Ich gucke mal ganz kurz hier rauf. Nochmal. Hm. Plus 75. Ich gucke mal kurz die Rüstung an. Ja, das war unsere alte. Das war unsere alte. Die musste ich langsam mal verkaufen. Sonst ruste ich die vielleicht noch öfter aus. Ausrüsten. So. Gürtel. Ich gucke mal ganz kurz. Nee. Nee, das gehört natürlich zu einem MMO-Spiel dazu, dass man hier wirklich immer mental die ganze Zeit hin und her glotzt. Damit man das möglichst besser ausrufen kann. Ihr Charakter ist verletzt. Ich weiß. Am Kopf. Und zwar ziemlich groß. Aktion momentan nicht verfügbar. Warum nicht? Oh, oh. Ich glaube, der steht auf. Tag hier. Ach, geil. Loot. 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 Dafür, dass wir fast nichts gegen ihn ausrichten konnten, dass wir wirklich nur draufgegangen sind und mehr nicht, haben wir trotzdem eine Menge Loot bekommen. Stoppt den Angriff auf den Tempel. Was für ein Tempel. Ach, ich glaube, da muss ich jetzt hier durch, glaube ich, ne? Komme ich ja jetzt durch oder komme ich da jetzt nicht durch? Ich glaube, jetzt müsste ich durchkommen. Ja, komme ich durch. Da, 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 da. Oh, Gott. Vor allen Dingen, die sind alle viel zu stark gegen mich. Ich habe keine Chance gegen mich. Die holen mich einfach weg. Und ich sehe gerade, mein Popschutz ist gerade ein bisschen verrückt. So. Jetzt spreche ich, glaube ich, direkt ins Mikrofon rein. Kann sein, dass die ganze Zeit zu leise war. Weil ich einfach, der Popschutz, der war viel zu hoch. Ich habe einfach drüber gequatscht, über das Mikrofon. Jetzt geht das, glaube ich, direkt rein, ne? Ja, jetzt geht das wirklich wieder direkt rein. Aber die sind alle viel stärker als ich. Was soll ich da gegen ausrichten? Die kommen an, klatschen mich in die andere Ecke und das war es schon wieder. Ja, ich kann da eigentlich nicht viel gegen die ausrichten. Ja, ich weiß, mein Charakter ist verletzt. Ich glaube, ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin. Ich muss mich alles mal heilen, weil ich bin wirklich am Arsch gerade so ein bisschen. So, kann ich hier was machen? Ich habe eigentlich eine Quest gemacht. Eigentlich habe ich die doch jetzt gemacht. Wir machen direkt die nächste. Zurück zur Instanz. Ja, machen wir mal. Ich dachte nicht, dass ich so einfach wieder rausgegangen bin. Ich dachte, ich komme jetzt direkt zum nächsten. Aber irgendwas muss ich ja hier machen noch. Ach, ach, jetzt irgendwas mit Tempelverteidigung. Ich weiß, mein Charakter ist verletzt. Ich mache da gerade was gegen. Stopp den Angriff auf den Tempel. Was zu den Waffen? Was muss ich denn da jetzt machen? Ich würde gerne mal kurz kommen. Hier bin ich drinnen. Ist zeitlich begrenzt. Für alle Stufen. Tut die Waffen unter und plagt den Tempel. Stufe 6 bis 60. Da steht es. 6 bis 60. Spieler-Chance, das einzigartige Waffen zu finden. Ausstehende für Waffen kann verändert aussehen, Lieblingswaffen zugleichen. Hm, eine Verzauberung.